Hohoho! Entspannung, Stressabbau und so weiter. Einfach aus dem Alltag rauskommen und mit allen Sinnen hier praktisch wandern gehen. Das heißt, ich rieche hier, wie soll man sagen, man riecht den Frühling hier in dieser Region. Ich sehe ziemlich weit in die Rheinebene, was natürlich hier schön ist und so weiter. Und was gibt es noch? Ich höre die Vögel und so weiter. Jetzt in dieser Zeit halt zwitschern und so weiter. Es ist einfach schön. Jeder bekommt interessanterweise immer so komische Gefühle im Frühjahr. Und jeder, der eigentlich mit dieser Wanderung in dieser Zeit mitgeht und so weiter, ist total begeistert. Der Weg ist eigentlich für jeden geeignet. Und wenn man halt hochgeht, auch Villa Ludwigsee, langsam laufen, gemütlich laufen, die Sinne einfach schärfen und so weiter, einfach in die Ferne schweifen. Einfach mal stehen bleiben und einfach mal schauen, wie schön das hier, diese Gegend ist. Und jetzt. Und jetzt. Vielen Dank.